Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute mal wieder mit Ash. Ja, oh, die Kate ist auch bei mir und einen Generator haben wir auf den ersten Blick nicht hier. Ich spiele Ash übrigens mit den Perks. Geliehene Zeit, Entscheidungsschlag, Adrenalin und hart im Nehmen. So. Okay, du bist auch da. Wir sind zu dritt hier. Okay, interessant. Ich gebe mir jetzt einen Generator. Ich mache aber vorher noch dieses Totem hier. Und dann schließe ich auch noch die Kiste auf. Ach, es gibt so viel zu tun hier in Haddonfield. Ich bin mal gespannt, welchen Killer wir haben. Ein Geist. Ja, ich habe das Totem unterbrochen. Der hätte es safe gehört, wenn es jetzt kaputt gegangen wäre. Okay. So, das war die Jane, die mehr oder weniger AFK da drin rumstand. Aber ganze AFK scheint es nett zu sein. Sie hat noch keinen zweiten Treffer abgekriegt. Okay, so. Gucken wir mal, was in der Kiste drin ist. Bestimmt irgendwas Tolles, Schönes, Spaßiges. Du hast Böller dabei. Das finde ich super. Mal gucken, ob du damit irgendwas anstellen kannst. Und ich kriege... Oh, guck mal, wer da ist. Hallo, Mr. Geist. Oh, äh, what? So, mal schauen, ob er bei mir bleibt. Wenn der einfach jedes Mal durch die Palette durchpackt. Ach, ich ahne ja schon, was das für ein Killer ist. Ich möchte nur mal wieder an den Rang-Reset erinnern. Ich höre doch grunzen. Aber ich glaube, der hat mich verloren. Ja gut, dann setze ich mich an den Generator dran. Dass es hier mal sehr schön vorwärts geht. So, einen haben wir schon. Vielleicht kann ich den zweiten hier schnell durchziehen. Und dann gucken wir mal, was die restliche Runde noch so bringt. Ah, guck mal, wer da ist. Hallo, mein Freund. Ah, da hat er mich einmal. Ich weiß, dass du da wirst. Da haben wir auch schon die nächste Palette. Er verfolgt mich weiter. Okay. Okay. Nein! Ah, verdammt. Okay, hat er schön gemacht. Hat er gut gemacht. Kann man nichts sagen. Ich habe gedacht, er kommt von der anderen Seite. Gut. Da komme ich verdienter Willharten. So, mal gucken, was er macht. Und er geht weg. Vielen Dank, Kate. Nein, mein Freund. Nein, 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 nein. Ja, wo bin ich denn? Ja, wo bin ich denn? Ist das dein Ernst? Ist es dem sein Ernst? Der ist ein bisschen verwirrt, der Gute. Na gut, Kate. Bleib mal in der Nähe. Nein. 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 Und weiter geht's. Gucken, wie ich aus der Nummer jetzt wieder rauskomme. Da haben wir noch eine Palette. Na, verfolgt mich immer noch. Wirf doch die Palette um! Ich krieche einfach wieder weg. Vielleicht klappt es ja nochmal. Okay, bitte heil mich jetzt nicht. Hör auf damit. Hör auf damit. Lass dich bitte in Ruhe. Lass den Mann verwirrt sein. So. Jake, du könntest mir helfen. Ja, zu zweit wird es noch bombastisch. Ja. Ihr könnt mich auch, Jake, du kannst mich auch weiter vollheilen. Danke. Traumhaft. 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 So, vielen Dank, meine Freunde. Würde ich sagen, gehen wir direkt mal wieder an den Generator dran. Aber erstmal gehe ich in den Keller eine Kiste aufmachen. Der Geist ist hochgegangen. Vielleicht rechnet er dann halt damit, dass ich in den Keller gehe. Aber der wird halt hören, wenn ich hier die Kiste aufmachen sollte. Ah, die ist sogar schon offen. Ist was Nettes drin? Oh. Habe ich noch Addons dazu. Ja, die rennen halt jetzt ein bisschen durchs Haus. Da muss ich kurz abwarten, bis sie jetzt weg sind. Da, ich kriege schneller als Bini Gonzales, ey. Da verlebt mich sogar der Killer. Sehr schön. Und dann... Ich habe keinen einzigen Generator durchgezogen, würde ich gerne mal anmerken. So, aber ich mache das Totem hier. Denn einem Geist traue ich zu, dass er niemanden drin den Tod dabei hat. Und ich meine, irgendwas muss ich ja machen. Und wenn schon kein Generator ist, dann wenigstens Totems. Das wäre dann mein zweites Totem. Vielleicht haben die ja auch schon welche gemacht. Also, die anderen... Wo ist der? Naja, gut. Okay. Er war wohl in der Nähe. Jetzt ist nur die Frage, wo... noch ein Generator ist. Der noch nicht gemacht ist. Überall diese Hecken und Bäume und Sträucher. So, ein kaputter Haken. Da vorne ist Jane. Komm, lass uns... Ich kann den... Ach, denn die Toolbox ist schon leer. Deswegen wurde sie auch ausgetauscht. Aber wenn ich die mit rausnehme, ist... Halten durch die Erdons immer noch besser als meine alte. Also, nehmen wir die mit. Oh nein. Da wurde Jake getroffen. Mal gucken. Vielleicht hat er Adrenalin dabei und kann lang genug entkommen. Ah. So, wie sieht's aus? Adrenalin? Ja oder nein? Finden wir es raus. Und zwar jetzt... Okay, wohl kein Adrenalin. Oh. Oh. Schade. Ach, es wäre so schön gewesen, wenn er zwischen die Palette gelaufen wäre. Okay, der erste Ausgang ist schon mal offen. Hier. Er lehnt eine Zeit. Mach was draus. Das ist Jake in Ruhe Da hätten wir den anderen Ausgang aufgemacht Kommt Jake raus? Kommt er raus? Ja, sehr schön, sehr, sehr schön So, okay, du machst den anderen Ausgang auf Und dann können wir alle entspannt ans Lagerfeuer zurückkehren Ach, und die will mir sogar noch Deckung geben, das ist ja nett Ach Gott, was für eine Runde Verrückt, was da so alles passiert Ja, aber es wird, glaube ich, vermutlich mal ein Babykiller gewesen sein Also wer einen liegenden Survivor verliert, weil er weggekrochen ist, ja Schade, schade, schade Naja, gut, okay, das lernt er bestimmt alles noch Ich hoffe, er bleibt an der Sache dran Und, ja Nein, die Puppe bleibt da Okay, ähm, ja Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen Habe ich das schon mal gesagt? Ich bin so verwirrt gerade Naja, ihr wisst Bescheid Liken, abonnieren, kommentieren Bis zum nächsten Mal Haut rein HuuP token